Die Vorbereitung auf das Spiel gegen Wolfsburg hat begonnen. Zwei Trainingseinheiten am Dienstag. Trotz zuletzt nicht zufriedenstellenden Ergebnissen ist es ruhig beim Klub. Wie man sieht, läuft es bei uns ja gerade nicht so perfekt, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Wir haben die ersten drei Spiele hervorragend gespielt, haben auch die wichtigen Punkte geholt. Und in den letzten fünf Spielen haben wir ein bisschen geschwankt oder die Sachen, die wir in den ersten Spielen gut umgesetzt haben, gingen ein bisschen verloren. Aber ich denke, seit dem Schalke-Spiel haben wir wieder das Kämpferische mehr in das Spiel eingebracht. Und das Spiel, wir haben uns da auch ein paar gute Chancen erspielt, nur leider das Tor nicht gemacht oder das Gewändchen Glück nicht gehabt. Und ich denke, dass wir das gegen Wolfsburg alles gut umsetzen werden und dann hoffentlich auch die drei Punkte hier in Nürnberg behalten. Und ich denke, dass wir das gegen Wolfsburg alles gut umsetzen werden.